Äh, Spinneee! Und so liebe Kinder, strecken die YouTuber ihr Content einfach in die Länge? Ja, einfach mal so zu, dass die ganze Zeit verrecken. Jep, das macht man extra. Weil so kann man Content in die Länge strecken. Und einfach dumme Scheiße labern, damit das nicht auffällt. Ja. Oder du bist echt so doof und... Na gut. ...verrecks dabei. Bei dir ist das jetzt was anderes, ne? Halt die Fresse, du Arsch! Kasse dich. Dafür. Warum? Der Sch... Ne, 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 Centus, du kannst gleich wieder sterben hier, du weißt, dass das Ende gleich da... Hoffentlich stirbst du. Hoffentlich stirb... Der cheatet hat... Alter Schwede, der schafft das Level auch noch. Das glaub ich nicht, der schafft der das Level. Da drüber war ja eins, ne? Oh, du Idiot. Hä? Verreckt man doch nicht. Mann! Du Idiot. Was? Oh. Boah, bei mir fängt der zu laggen. Ja, ja. Meine Internetverbindung gerade. Keine Ahnung, irgendwas dated ab. Zeitung ist doch keins. Was? Ja, aber da ist doch das Fass. Du musst doch noch rüberwerfen. Keine Ahnung, was gerade ist. Ich hab auch keinen Bock nachzugucken. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich bin schon gleich. Ich glaube. Jetzt sind dann gleich wieder da. Ah. Ohhhh. Boah. Und natürlich läuft die Rolle zu weit. Und so strengt man weiter in die Länge. Alles. Weiter, weiter. Jetzt. Und jetzt erst springen und werfen. Wir haben blau und schlau gelöst. 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 Nächster hab ich das Schatz hier wirklich geschafft. Ich tu schon speichern. Jetzt muss ich dieses näfige 8-bit-Spiel noch spielen. Trotzdem dauert es, bis ich noch weiterkomme. Ja, komm. Finde ich doch schon. Aber wurde also, dass ich das überhaupt geschafft habe. Ja, und danach kommt das hier, ne? Ich muss das Wasserlevel auch noch machen. Ja, Wasserlevel geht schnell. Was hat er für lustig das einfachste? Aber klar, dass er gleich wieder verringt ist. Vielleicht schon 20 Minuten. Ja. Richard. Ach, nö. Nicht wie so verfügt, wenn er die Kasse ist. Du kannst gar nicht leiden, dass er hilft. Du aber, ne? Aber ich mag das. Wirklich. In dem Level, also in dem Gebiet ist das das beste Level. Ja. Und im Schneelevel das erste. Nein! Wack! Wack, wack, wack! Don't be don't! Don't be don't! Don't be don't! Aber das ist geil animiert. Weißt du, wie die das gemacht haben? Die haben einfach zwei BNGs einfach übereinander gelegt. Ja? Ja! Da gibt's ein Making of von. Okay. Wenn du genau auf die Segel guckst, die Segel geht nicht in den Ding rein, der überschreibt einfach zwei BNGs. Wie schlecht. Das ist total geil gemacht. Haha! Oh, ich mag das Level nicht. Können wir tauschen? Nein. Ich dachte... Oh, immer ihr! Ich muss doch so so da noch den... Ich muss doch so so da noch den... Ohne Spuren zu hinterlassen. Ohne Spuren zu hinterlassen. Wegen G's for the win! Lauf! Lauf in die Segel! Hol dich! Sie hol dich! Und sie ist halt segnig! Halt's mal auf! Halt's mal auf! Rtsch! 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 Ratsch! 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 also ich hätte ernsthaft gedacht dass du noch so paar aufnahmen so ich dagegen fahre wenn du kein leben hast ergebnis erste level 20 19 mal sterben ja kann man bekommen das spiel auch kurz für moment anhalten ja dieses drehen musst du das machen hab die wand angeguckt wollte ich eben auch ja hauptsache die funktion dass man für ein paar sekunden um siegbar ist na klar aber ich glaube man landet auch weiter oben das war knapp der dickere donkey hat das problem dass er nicht so weit springen oder nicht so hoch und er fühlt sich einfach nur schwerer an naja das wäre mit dem donkey etwas einfacher wow ich habe ein leben wieder bekommen oh das feier ich direkt und verliere gleich wieder einen donkey gong ja da drauf weil ich mich kenne ja ich gehe mich zugute in den sachen aus hier ja wie ich abstürzen kann ja weil du sowieso an den stemmen meistens eben abstürzt deswegen ja da ist gerade die mitte so an ja schaffst du das what it up ne ah ah ich glaube nicht ja ja fertig ne kommt irgendwann eine fiese miese sache noch sag dich ja sag dir ist gleich fertig ne du bist so behindert was siehst du nein nein schlade 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 gekappt so ein penner wer durch sterben können ne danke wenn ich dir aber auch ganz ehrlich was zu sterben ja bin ich echt gut gesprungen eben aber du lässt sich gut ablenken das finde ich immer das für dich nice Nice ja ja oh ich könnte eigentlich auch mal hier ein speichern dit 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 wackelt immer so dit 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 ey wackelt noch ein bisschen ey wackelt noch ein bisschen aber sie ist da nicht angezogen ihr tut schon wenn das jetzt ja ok das geht noch oh nein oh doch ja ich hab mal ne runde ich hab gesagt du sollst sterben ne lass mal ganz wenn ich gleich nicht rede ne tut es mir echt 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 leid aber tschüss japp dank des spiels lebe hoch die bugs ritsch 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 jetzt werde ich verfolgen die ganze nacht die siege bis ihnen das holz einkracht abstürzen das solltest du nicht die siege die erwischt dich bin ich ein guter poet mensch er konzentriert sich so viel das glaub ich nicht ein o das kriegt er nicht die mitte die hat er erreicht aber weiter ritsch 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 musst du dich jetzt einfach konzentrieren hier oder was tot oder docky kognitiker schade centus kannst du jetzt doch mal bitte reden das ist langweilig Ich muss ja selbst Unterhalter hier spielen. Dann stirbt der wieder half. Nein, nicht sterben! Du hast aber weit geschafft. Ich weiß. Du musst über das Lachen vergleichen. Warum? Mit meinen dummen Kommentaren oder was? Ja. Komm, das eine war poetisch. Aber das erste war poetisch. Das muss man mir zugeben. Aber poetisch. Was behindert? Poetische Behindertheit war das. Hab ich da oben was richtig gesehen? Wenn ihr mir da zustimmt, Leute, dann schreibt es in die Kommentare. Ne. Tut's einfach nicht. Tschüss. Spalle. Äh, diesmal nicht. Äh, du warst für irgendwas Gute. Ich weiß es nur noch nicht. Da ist das O. Das G hatte ich noch nicht. Äh. Kannst du auch die Fresse halten? Nein, ich glaube nicht. Äh, ich schon. Ohohohohohoho. Ohohohohoho. Pau, das ist ein Save-Bereich. Warte, wie ging das denn nochmal? Achja. Einfach so. Ja, bei manchen gibt es hier... Tricks. Jaaa. Gehinde dafür? Ja, deswegen dann, ne. Also hier werde ich jetzt lange dran sitzen. Warte lange dran sitzen, dann bleibt ihr da erstmal sitzen. Auch gar nix. Ich hasse es, ne. Ich will kurz springen. Du musst die Fässer... früh genug erreichen. Ja, deswegen meine ich halt, dass du hoch genug springen kannst. Ey, der Fässer will aber nicht so hoch. Ja, Pech gehabt. Oh mein Goooood. Wow. Wow. Der Linnert mal wieder her. Wartest du noch? Eins. Zwei. Drei. Oh. War doch klar, dass da wieder einer kommt. War doch klar, dass da wieder einer kommt. Aber die sind ganz okay, die Dinger. Ja. Oh. Oh, der lebt ja noch. Oh mein Gott. Geh Bananen, oder? Geh ein paar Bananen eben. Ne, geht ja noch weiter. Alter. Da. Danke Spiel. Ich glaub es nicht. Die Biene hat mit ihrem Arsch mich erwischt. Bitte Flash. Ohne Folge ist bestimmt Poetenflash oder so ne Scheiße, die ich kenne. Die Säge. Sie sägt das Holz ganz fein. Die Ratte beiß dich in ein kleines Bein. Ich hab sie zu spät gesehen eben. Ach, labernicht. War aber nicht. War aber nicht. War aber nicht. War aber nicht. Äh. Spiel. Zetus. Zetus. Ja? Was? Bei mir ist das Spiel Spaß. Ja? Cool. Ich tu mein Mut. Ach, dir ist das Spiel abgestört gerade. Ja, ich glaube ja. Aber es passt ganz gut. Guck mal auf die Uhr. Sollen wir kurz nen Cut machen? Ja Leute. Wir haben mitgekriegt. Dann müssen wir kurz nen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.